Seit einiger Zeit kommt dann und wann der kleine, fette König Dezember II. in mein Haus, der nicht länger ist als ein Zeigefinger und so fett, dass sein winziger, roter Samtmantel mit dem dicken, weißen Hermelin-Besatz sich vor dem Bauch nicht mehr schließen lässt. Der König liebt Gummibärchen. Wenn er eines isst, muss er es mit beiden Armen umfassen, um es festzuhalten. Trotzdem kann er es kaum hochheben, denn ein einziges Gummibärchen ist beinahe halb so groß wie der ganze König. Er schlägt seine Zähne in das weiche Bärchengummi und beißt große Stücke heraus und zwischendurch fragt er, was er mich immer fragt. Kannst du mir was aus deinem Land erzählen? Als er mich zum ersten Mal besuchte, sagte ich, bei uns wird man klein geboren und dann wird man immer größer und größer, manchmal so groß wie ein Basketballspieler. Zum Schluss schrumpft man wieder ein bisschen ein. Dann kommt der Tod und dann ist man weg. Das ist unlogisch, sagte der kleine König und biss dem Bärchen die rechte Pfote ab. Warum ist man nicht am Anfang ganz groß und wird immer kleiner und kleiner und verschwindet zum Schluss? Einfach, weil man unsichtbar ist. Ich glaube, der Bundesverband der Bestattungsunternehmer ist dagegen, sagte ich. Bei uns ist es aber so, sagte der König. Mein Vater, König Dezember der Erste, war eines Tages so klein, dass ihn sein Diener morgens im Bett nicht mehr finden konnte. Noch am selben Tag wurde ich zum König gegrünt. Ja, aber wie kann man denn groß geboren werden, fragte ich. Irgendjemand muss einen im Bauch haben vorher und eine Mutter kann nicht kleiner sein als das Baby. Im Bauch haben, sagte Dezember. Ich bin eines Morgens in meinem Bett aufgewacht und dann zur Arbeit ins Prinzenbüro gegangen. Ganz einfach. Im Bauch haben. Blödsinn. Man wacht auf und los geht's. Und wie kommt man in das Bett, fragte ich. Warte mal, sagte der König. Ich glaube... Also ein König und eine Königin... Wie war das? Ich hab's vergessen. Ich bin schon so klein, weißt du? Hab's vergessen. Es war sehr schön. Das weiß ich noch. Er kicherte leise und biss wieder in sein Bärchen. Ich sagte... Wenn ein Kind bei uns zur Welt kommt, weiß es nichts. Es muss lernen, zu essen und zu gehen, zu lesen und zu schreiben. Seine Nase wird geputzt und beim Mensch ärgere dich nicht, lernt es, nicht so nicht zu sein. Überall sind große Hände, die es leiten und seinen Kopf hin- und herdrehen und sein Kinn heben. Der König rülpste laut und ein kleines Lachen schüttelte ihn für kurze Zeit. Den Gummibärchen hatte er inzwischen den Kopf abgegessen. Er schaute mich an, kaute langsam weiter und sagte... Und dann? Dann wird man größer, sagte ich. Tut das weh? Fragte er. Es geht ganz langsam, sagte ich. Obwohl, manche Kinder wachsen in einer einzigen Nacht zwei Zentimeter. Und wenn man das Ohr an eines ihrer Arme und Beine legt, hört man es knirschen. So ähnlich ist es bei uns auch. Bloß umgekehrt, sagte Dezember. Man merkt das Schrumpfen nur manchmal. Wie neulich. Abends habe ich ein Teetässchen gerade noch auf den Tisch stellen können und am Morgen musste ich schon auf einen Stuhl klettern, um es wieder herunternehmen zu können. Findest du größer werden schön? fragte er. Ich wusste bisher nicht, dass es andere Möglichkeiten gibt, sagte ich. Jetzt weißt du es, sagte er. Erzähl mir mehr, sagte ich. Was wisst ihr, wenn ihr zur Welt kommt und was lernt ihr dazu? Wir wissen fast alles, sagte der kleine, fette König. Wir wachen auf und liegen da und erheben uns und können schreiben und infinitesimal rechnen und Computer programmieren und zur Arbeit gehen und Geschäftsessen. Alles kein Problem. Aber nach und nach vergessen wir es. Je kleiner wir werden, desto mehr vergessen wir es. Wenn einer dann nicht mehr Geschäftsessen kann, muss er nicht mehr ins Büro kommen, weil man ihn dort ja nicht braucht. Dann darf er zu Hause bleiben und noch mehr vergessen. Sein Kopf wird leer und es gibt Platz darin. Die anderen müssen ihm Essen machen und danach darf er zu seinen Freunden gehen. Oder die Schatten im Garten anschauen und sie für Gespenste halten. Oder den Wolken Namen geben. Oder seinen Teddybär anschreien. Oder wenn es ihm die Großen nicht verbieten, rief ich. Die Großen haben nichts zu sagen, sagte Dezember der Zweite. Je kleiner einer ist, desto mehr ist er Bestimmer, weil er ja die größte Lebenserfahrung hat. Und die Großen müssen ihm alle Fragen beantworten. Warum ist das Haus eckig? Warum sind auf einem Würfel nur sechs Zahlen? Warum regnet es? Wenn er die Antwort hat, kann er sie gleich wieder vergessen. Und weil die Kleinen die Bestimmer sind, haben wir Rolltreppen mit kleinen Stufen und winzige Klobrillen, durch die man nicht hindurchfallen kann. Damit muss man zurechtkommen, solange man groß ist. Es geht nicht anders. Er stand mit einer schnellen, stolzen Bewegung auf, legte die Reste seines Gummibärchens auf den Boden und versuchte, seinen Mantel zu schließen. Aber das ging nicht, er ist so fett. Deshalb setzte er sich seufzend wieder hin. Also ist, sagte ich und gab ihm das Gummibärchen wieder in die Hand, also ist bei euch die Kindheit am Ende des Lebens? Denkt mal an, sagte der König. Man hat etwas, auf das man sich freuen kann. Er sah mich lange an. Weißt du, was ich glaube, sagte er dann? Nein, sagte ich. Ich glaube, es stimmt gar nicht, dass ihr größer werdet. Ich glaube, es sieht nur so aus. Wie kommst du darauf? Fragte ich. Ich glaube, ihr fangt auch ganz groß an, sagte er. Wenn es stimmt, was du mir erzählst? Also, ich stelle es mir so vor. Ihr habt alle Möglichkeiten und jeden Tag werden euch ein paar genommen. Ihr habt eine große Fantasie, wenn ihr klein seid, aber ihr wisst ganz wenig. Weil das so ist, müsst ihr euch alles vorstellen. Ihr müsst euch vorstellen, wie das Licht in die Lampe kommt und das Bild in den Fernseher. Und ihr stellt euch vor, wie die Zwerge unter den Baumwurzeln leben und wie es ist, auf der Hand eines Riesen zu stehen. Und dann werdet ihr größer und die noch größeren erklären euch, wie eine Lampe funktioniert und ein Fernsehapparat. Dann lernt ihr, dass es keine Zwerge gibt und keine Riesen. Eure Vorstellungen werden immer kleiner und euer Wissen immer größer. Ist das richtig? Ja, flüsterte ich. Und noch leiser. Aber es ist doch auch nicht schlecht, wenn man wächst und lernt und die Welt versteht. Und er redete weiter. Älter werdet ihr. Am Anfang wolltet ihr noch Feuerwehrmänner werden oder ganz anderes und Krankenschwestern oder ganz was anderes. Und eines Tages seid ihr dann Feuerwehrmänner und Krankenschwestern. Und ganz was anderes könnt ihr nicht mehr werden, denn dazu ist es zu spät. Das ist auch ein kleiner werden, nicht? Ach ja, ja, seufzte ich. Nicht so schön wie bei uns, sagte der kleine, fette König. Er biss ein letztes Mal von dem Gummibärchen ab. Tut mir leid für dich. Na, für euch alle natürlich. Dann stand er auf, quetschte seinen Bauch durch einen Spalt zwischen meinem Bücherregal und der Wand und verschwand wieder aus dem Zimmer, wie immer, ohne Gruß und um ein winziges, winziges Kleiner. Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Podcast Burnout an der Leichtigkeit des Seins in der letzten Corona-Extra-Folge fürs Erste. Ich hoffe, du hast die Geschichte vom Anfang genossen. Sie war ein Ausschnitt aus Der kleine König Dezember, einem Buch von Axel Hacke, was ich sehr empfehlen kann. Jeder, der schon mal eine schwere Krise durchgestanden hat, weiß, das Leben geht danach nie weiter wie zuvor. Das ist das Erstaunliche und ein bisschen auch das Paradoxe an so schwerwiegenden Erfahrungen wie der Corona-Krise. Die ganze Zeit über wünschen wir uns, einfach weiterleben zu können, als wäre nichts gewesen. Und während wir uns Tag für Tag durch die Krise arbeiten und sie mit jedem Tag, der vergeht, auch ein Stückchen mehr überstehen, glauben wir meistens auch, dass wir uns der alten Normalität wieder entgegenarbeiten, die wir vorher hatten. Und wir hoffen weiterhin, dass wir irgendwann wieder so leben, als wäre all das nie passiert. In der heutigen Episode erfährst du von mir, warum das schier unmöglich ist, warum es aber auch gut so ist, dass das unmöglich ist und worauf wir uns die letzten Wochen aufmerksam gemacht, wenn nicht gar mit der Nase voll reingestoßen haben. Die letzte Corona-Extra-Folge hat's in sich. Also legen wir los! Warum werden wir nach der Krise nie wieder so leben, wie zuvor? Ganz einfach, weil wir zu keiner anderen Zeit so sehr wachsen, uns so viel erkennen, wie in Krisenzeiten. Krisenzeiten. Sie zwingen uns zum Umdenken. Sie fordern uns in unseren Fähigkeiten. Sie zwingen uns, kreativ zu werden und Lösungen zu finden und schubsen uns so in die persönliche, innere und manchmal eben auch gesellschaftliche Weiterentwicklung. Dass wir das oft erst lange Zeit nach Überstehen der Krise sehen können, wenn überhaupt, liegt daran, dass wir uns in der Regel nicht bewusst dazu entscheiden, sie zu überstehen, indem wir neue Strategien entwickeln zum Beispiel, sondern dass unser Instinkt das für uns übernimmt. Also sprich, wir fangen an, Lösungen zu entwickeln, wir fangen an, umzudenken, wir wachsen an der Krise, wir wachsen an uns selber, aber dadurch, dass wir das instinktiv machen und dadurch, dass wir ja in der Regel sehr, sehr, sehr beschäftigt sind in der Krise, fällt uns das einfach gar nicht auf. Wachsen ist was Natürliches. Naja, wie in der Geschichte gerade schon gesagt, meistens tut es auch nicht weh. Und wenn man so beschäftigt ist, wie wir, wenn wir in der Krise stecken, merkt man das also in der Regel nicht so sehr, dass man sich gerade unwahrscheinlich entwickelt und unwahrscheinlich wächst. Wenn dein Arbeitgeber dir gesagt hat, du musst jetzt von zu Hause arbeiten, weil alles andere im Großraumbüro zu risikoreich ist, dann hattest du keine Entscheidungsmöglichkeit. Und das heißt, in dem Moment war es auch einfach sinnvoller, dass nicht dein bewusstes Denken anspringt, sondern dein Instinkt, der sagt, okay, das ist jetzt die Situation und ich muss sie mir irgendwie angenehm machen und deswegen begebe ich mich jetzt automatisch auf die Suche nach Lösungen. Eigentlich liegt es ja in der Natur von uns Menschen, uns bis zum Ende unseres Lebens zu entwickeln und an uns selber, an den Menschen um uns rum, an unseren Lebenssituationen zu wachsen. Und bis vor zehn Jahren ungefähr hatten die Menschen noch ein bisschen mehr die Wahl, ob sie das tun wollen oder nicht. Wir hatten bis vor kurzem die Möglichkeit, in einer Art Alltagstrott zu versinken, der vergleichbar gewesen ist mit fast jedem anderen. Es gab ein klares Bild, wie man sein Leben lebt und auf der einen Seite hat es halt einiges ein bisschen vereinfacht, weil man weniger Entscheidungen treffen musste und weil die Linie einfach vorgegeben war. Auf der anderen Seite hat es aber auch dazu geführt, dass nicht jeder unbedingt so sehr bewusst an seiner Persönlichkeitsentwicklung gearbeitet hat. Und vielleicht ist das was, was auch dir jetzt, nachdem du die Corona-Krise durchlebst, auffällt. Wenn wir im Alltagstrott sind, wenn wir das machen, was wir jeden Tag schon seit Jahren machen, also auf die gleiche Arbeitsstelle fahren, jeden Morgen zur gleichen Zeit ins Auto einzusteigen oder jeden Morgen zur gleichen Zeit den Wecker klingeln zu hören oder jede Woche an dem gleichen Tag einkaufen zu gehen oder jedes Wochenende, Samstagabend in dasselbe Restaurant zu gehen etc. pp. Wenn wir also diesen Alltagstrott haben, stellen wir in der Regel all diese Dinge auch nicht in Frage, weil wir so sehr daran gewöhnt sind, weil Alltagstrott ja auch etwas sehr Bequemes ist. Und so kommt es, dass wir ganz häufig unsere Entwicklungsmöglichkeiten und unsere Möglichkeiten, Dinge zu verändern, damit wir im Leben uns weiterentwickeln, einfach übersehen. Ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel das Fahrradfahren. Das hast du in einer der letzten Corona-Folgen von mir gehört. Ich bin nicht besonders sportbegeistert, auch das weißt du schon. Und ich wäre nie im Leben darauf gekommen, überall nur noch mit dem Fahrrad hinzufahren. Die Corona-Krise hat mich zum Umdenken gezwungen und ich stelle fest, dass mir das unheimlich gut tut. Dass ich viel fitter bin als vorher und dass ich auch viel, viel besser schlafe an Tagen, wo ich einfach so 10, 20 Kilometer Fahrrad fahren musste. Hätte mich die Krise nicht aus meinem gewohnten Trott gekickt, hätte ich das wahrscheinlich bis zum Ende meines Lebens nicht ausprobiert. Ein weiterer wichtiger Punkt, warum Krisen wie die Corona-Krise uns in die Entwicklung schubsen, ist, dass wir in Krisenzeiten oftmals unsere bevorzugten Ablenkungsmöglichkeiten nicht wahrnehmen können oder wahrnehmen wollen. Hier ist ein schmaler Grat, denn natürlich zwischen den ganzen Verpflichtungen, die wir im Alltag haben, haben wir auch Dinge, die uns gut tun und die uns Spaß machen, die wir für gewöhnlich als Freizeit bezeichnen. Zum Beispiel in Bars und Restaurants gehen, uns mit Freunden treffen oder Partys feiern, zu shoppen, dass die Schwarte kracht und wie wir in der modernen Sprache sagen, zu socialisen. Socialisen ist eine super Sache. Es ist mega gesund für unsere Psyche, für unser Herz, für unsere Liebe. In unserer modernen Zeit, wo der Stresspegel bei vielen ja aber auch sehr hoch ist, wo das Gefühl da ist, nicht genug zu sein oder wo viele eigentlich auch eine hohe Unzufriedenheit haben mit ihrer aktuellen Lebenssituation, dienen genau diese Sachen, also Bars und Restaurants und Partys und Shopping und Urlaube und des Socialisen, häufig aber auch der Ablenkung und dem Übertünchen von unangenehmen Gefühlen. Die Buddhisten sagen, diese Ablenkungen dienen zur Flucht. Ich finde, ein bisschen haben sie auch recht damit. Vielleicht warst du schon mal in der Beziehung, in der du nicht mehr besonders glücklich warst und hast aber relativ lange gebraucht, um zu dem Punkt zu kommen, dass du dich vielleicht besser trennen solltest und das dann auch gemacht hast. Wir verlassen unseren Alltagstrott nicht so gern und das bezieht sich eben nicht nur auf Arbeitsstellen, sondern zum Beispiel auch auf Beziehungen, die nicht mehr intakt sind oder auf Freundschaften. Darüber habe ich auch schon zwei Folgen gemacht, die uns vielleicht gar nicht mehr so gut tun. Das Auseinandersetzen mit Gewohnheiten, egal ob es unser Job ist, unsere Beziehung, Freundschaften, unser Wohnort oder was auch immer, ist etwas, was wir meistens als unangenehm, als anstrengend empfinden und uns unbewusst, also die meisten von uns, unbewusst in der Regel ängstigt. Weswegen wir uns dann eben oft auch mit Dingen erst auseinandersetzen, wenn sie unerträglich werden. Dieser Effekt ist ähnlich, wie wenn du richtig, richtig gestresst von Arbeit kommst und dann den Abend mit Fernsehen verbringst, um runterzufahren. Wenn du genau hinsiehst, wirst du feststellen, dass beim Fernsehen der Stress eher weggeschoben wird oder überblendet wird, weil du dich ablenken kannst, weil die Eindrücke vom Fernseher einfach stärker sind als die Sorgen oder die kleinen Ärgernisse, die du vielleicht aus deinem Arbeitstag noch mit nach Hause gebracht hast. gesellschaftliche Events und alles, was ich vorhin aufgezählt habe, haben eben manchmal einen ähnlichen Effekt. Ein weiteres gutes Beispiel sind die Warnungen von vielen sozialen Vereinen und Stellen, die vor allem auch im Internet und in den Medien allgemein die Runde gemacht haben. dass zum Beispiel darauf hingewiesen wurde, dass häusliche Gewalt gegenüber Frauen extrem zugenommen hat. Die Anzahl an Männern, die ihre Frauen schlagen, ist nicht plötzlich in die Höhe geschossen, aber dieses Problem ist einfach präsenter, weil die Fluchtmöglichkeiten, hier im physischen Sinne, nämlich das Haus zu verlassen, einfach nicht so gegeben sind. Was ich nochmal besonders herausstellen möchte, dass die Corona-Krise vielen von uns Fluchtmöglichkeiten vor Konflikten, Ängsten und Zweifeln genommen hat, die wir vorher vielleicht auch schon gehabt haben und die uns vorher, aber deswegen einfach nicht bewusst so sehr belastet haben, weil wir ihnen besser aus dem Weg gehen konnten. Wir alle haben jetzt also ein paar sehr anstrengende Wochen und Monate hinter uns, in denen wir deutlicher als je zuvor vorgehalten bekommen haben, womit wir in unserem Leben noch nicht fertig sind oder was es in unserem Leben zu bearbeiten, zu verarbeiten oder auch zu verändern gilt. Und so könnte man das, was global als die Corona-Krise bezeichnet wird, auch die Corona-Offenbarung im privaten und auch im globalen und politischen Bereich nennen. Und da das hier heute die letzte Folge vor der großen Sommerpause ist und die Frage, was du alles an Entwicklungspotenzial und Erkenntnissen aus der Corona-Krise mitnehmen kannst, so groß und so umfangreich ist, werde ich jetzt in dieser Folge acht Punkte anreißen, in denen sich wahrscheinlich fast jeder von uns in irgendeiner Form wiederfinden wird und auf die ich aber in den kommenden Minifolgen, die ja immer in der Sommerpause kommen, nochmal ein bisschen intensiver eingehen werde, damit du einfach die Möglichkeit hast, für dich auch wirklich das Maximum da rauszuziehen, ohne von einer riesigen Corona-Extra-Folge jetzt überfahren zu werden. Gut Ding will Weile haben. Und hier kommt auch schon der erste Punkt. Die Corona-Krise hat uns geholfen, in puncto Arbeitsleben vieles zu realisieren. Interessanterweise passiert das auf politischer Ebene, indem man feststellt, dass irgendwie unser Land im Jahr 2020 manchmal auf dem Stand ist von 1850. Zum Beispiel, wenn man sich anguckt, wie die Verzögerungen sind bei der Meldung der Infektionszahlen, das ist eher ein Problem als eine Lösung, aber die Corona-Krise hat hier die Politik gezwungen, sich auch nochmal genauer anzugucken, ob sich das nicht vielleicht lohnen würde, diesen Staat und eben auch das Internet und so weiter und so fort einfach nochmal ein bisschen zu boosten und dort zu investieren und das eben nicht ewig schleifen zu lassen. Weiterhin sind bei mir von Arbeitgebern, von Führungskräften sehr, sehr positive Rückmeldungen eingetroffen, denn sie haben ihre Mitarbeiter ins Homeoffice schicken müssen und hatten große Bedenken und schlaflose Nächte, ob die Qualität von deren Arbeit und das Pensum, was zu schaffen ist, das Gleiche bleibt wie ohne Corona-Krise und obwohl die meisten davon ausgegangen sind, dass das nicht der Fall ist, stellen sie jetzt vermehrt fest, dass die Mitarbeiter hervorragende Arbeit geleistet haben und dass der Firma sogar zugute gekommen ist, dass die Leute von zu Hause gearbeitet haben und das wiederum öffnet ein Türchen für alle, die, die vielleicht schon ein paar Jahre davon träumen oder das gerne gehabt hätten, dass der Arbeitgeber ihnen das Homeoffice ermöglicht, wo bisher ja nie einen Weg reingeführt hat, plötzlich sind diese Türchen offen und auch die Wege liegen frei und können sozusagen beschritten werden. die Corona-Krise hat auch dazu geführt, dass viele Arbeitnehmer sich mehr über ihre Arbeitsbedürfnisse klar geworden sind. Ich höre in den Coachings momentan überwiegend drei Varianten. Die meisten stellen fest, dass ihnen das Homeoffice sehr gut getan hat, weil sie ein bisschen flexibler in ihrer Lebenszeiteinteilung geworden sind und sie wünschen sich, dass das auch nach der Krise weiter bestehen bleibt. Manche haben für sich festgestellt, dass sie sehr gerne von zu Hause arbeiten, dass es aber auch Tage gibt, an denen sie sich wohler gefühlt hätten, wenn sie in die Firma hätten fahren können, weil einfach die Arbeitsmotivation von Tag zu Tag verschieden ist und so weiter und so fort. Der kleinste Teil von den Menschen, mit denen ich in letzter Zeit zu tun hatte und über solche Sachen gesprochen habe, hat für sich festgestellt, dass er auf Homeoffice gänzlich verzichten wollen würde und dass er das einfach braucht, seine Umgebung zu verlassen und seine Arbeit an einem bestimmten Ort zu verrichten. Egal, zu welcher Gruppe du gehörst, in jedem Fall ist es immer gut, seine Bedürfnisse zu kennen und dadurch, dass wir ja ohnehin gerade in der Zeit sind, in der sich ganz viel entwickelt auf dem Arbeitsmarkt, ist es umso wichtiger, dass du für dich selber weißt, wie du deine Arbeit gerne leben möchtest und dein Arbeitsleben dann entsprechend danach in Absprache mit deinem Vorgesetzten gestalten kannst. Der letzte Punkt beim Thema Arbeit ist einer, der in fast jedem Coaching angesprochen wurde, hat mich mega erstaunt und zwar, dass die Arbeitnehmer, die sich in Kurzarbeit befinden und die deswegen eigentlich frei haben und den ganzen Tag ausschlafen könnten, wenn man so will, feststellen, dass sie mit der Sonne wach werden, dass sie also gegen sieben topfit sind, aufwachen ohne Wecker und das obwohl sie in Arbeitszeiten halb acht aufstehen und das mit viel größeren Schwierigkeiten. Viele Menschen stellen gerade zum ersten Mal in ihrem Leben fest, dass sie eigentlich niemanden brauchen, keinen Chef und keinen Wecker, der sie morgens aus dem Bett schmeißt und sie zwingt, ihren Tag anzugehen, dass sie eigentlich in sich ganz viel Motivation haben und dass sie sich auf den Tag freuen und deswegen auch aufstehen wollen, wenn die Sonne aufgeht, weil das, was vor ihnen liegt, etwas ist, worüber sie mehr Entscheidungsgewalt haben, als sie das in ihrem Alltag hatten, bevor die Corona-Krise kam. Sie haben festgestellt, so wie du vielleicht auch, dass es einen Riesenunterschied macht, ob man für sich morgens aufsteht und für seinen Tag, über den man selber entscheidet, weil man im Homeoffice ist zum Beispiel oder in Kurzarbeit oder ob man aufsteht für einen Arbeitgeber, der vorschreibt, wann man wo sein muss und der im Prinzip die ganze Woche für einen vorstrukturiert. Punkt 2. Punkt 2 kann ich relativ schnell abhandeln, weil ich diesem Thema relativ viel Raum in den vergangenen Corona-Extra-Folgen eingeräumt habe und weil das hier auch so ein bisschen ähnlich ist wie mit dem ersten Punkt über die Arbeitsbedürfnisse, von dem ich gerade gesprochen habe. Und zwar sind das die Familienbedürfnisse. Die Familien waren näher und länger aufeinander in den letzten Wochen und Monaten als das normalerweise im Durchschnitt in Deutschland der Fall ist. Das bedeutet, dass ihr auch hier wahrscheinlich neue Bedürfnisse gefunden habt und neue Wege beschritten habt und dass ihr für euch einiges gefunden habt, was vielleicht mega krass genervt hat und was euch vorher auch nie so aufgefallen ist, weil ihr viel mehr Zeit getrennt voneinander in Schulen, am Arbeitsplatz etc. verbracht habt. Wahrscheinlich habt ihr aber auch ganz viele Sachen gefunden oder gelebt, die vorher so auch nicht möglich gewesen wären und von denen ihr vielleicht auch denkt, dass ihr sie gerne beibehalten würdet. und dass ihr sie gar nicht unbedingt dem alten Trott, der vor der Corona-Krise da war, wieder überlassen wollt. Ich bin ziemlich sicher, dass sich einige Erkenntnisse in Bezug auf eure Familie ergeben haben und ich möchte euch dazu ermutigen oder dich dazu ermutigen, sich die nochmal genau anzugucken, vielleicht sogar im Familienverband zu besprechen und daraus dann eventuell Konsequenzen oder vielleicht auch einfach nur Wertschätzung zu ziehen. Drittens die Partnerschaft Was auf Familie und Arbeit zutrifft, trifft natürlich auch auf deine Partnerschaft zu. Auch hier sehe ich verschiedene Erkenntnisse, die mir Kunden in den Coachings zutragen. Die einen haben festgestellt, was sie an ihrem Partner haben und denken jetzt über Hochzeit nach, nochmal herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle, weil sie einfach festgestellt haben, dass selbst wenn es hart auf hart kommt und man sich unendlich auf die Nerven geht zu Hause, 24 Stunden am Tag, dass es also mit der Person an ihrer Seite den Umständen entsprechend hervorragend funktioniert hat und dass sie jetzt einfach sicher sein können, dass sie mit dieser Person ihr Leben verbringen wollen. Ich habe andere Kunden, die mir das Gegenteil berichten und die feststellen, dass bestimmte Macken oder Schwierigkeiten, die es eben vorher schon gegeben hat in der Beziehung, dass da Dinge dabei sind, mit denen sie wirklich unter keinen Umständen leben können. die der Partner eben auch nicht ändern kann oder will und wo sich nach und nach herauskristallisiert hat, dass man eigentlich keine gemeinsame Zukunft hat beziehungsweise dass es eben sobald es hart auf hart kommt auch sehr sehr schwierig wenn nicht gar unerträglich wird im Hier und Jetzt beieinander zu sein. Also auch hier in der Partnerschaft hat die Corona Krise oder die Corona Offenbarung viele Wahrheiten und aber auch viele Potenziale nochmal so richtig herausgestellt. Viertens und aufgrund dessen, dass sie eben nicht mehr so viel sich mit anderen beschäftigen können wegen der Kontaktverbote und so weiter haben viele Menschen angefangen sich mit sich selber zu beschäftigen und auch zu konfrontieren. Die Corona Krise hat das Aufbrechen Alter Konflikte und Ängste in sich selber befördert. Wir bauen oft einen Alltag um unsere tiefer liegenden Konflikte drumrum. Das sind wie Schmerzstellen und sie sind so ein bisschen wie wunde Punkte. Viele Menschen haben sich ihr gesamtes Leben so aufgebaut, dass diese wunden Punkte durch ihren Alltag nicht berührt werden oder sie tragen sie in sich, weil eine gewisse Prägung oder gewisse Ängste einfach von den Eltern mitgegeben wurden und die jetzt aber durch die Corona Krise entweder getriggert wurden oder aber auch ganz andere Konflikte, die gar nicht unbedingt jetzt durch die Corona Krise berührt wurden, die aber einfach wieder hoch gekommen sind, weil die Menschen mehr Zeit mit sich selber haben und weniger Möglichkeiten sich abzulenken. Wenn du in letzter Zeit mal einkaufen warst oder vielleicht sogar in der Postfiliale, egal wo man geht und steht, man merkt einfach, dass unsere Gesellschaft gerade echt mit den Nerven am Ende ist. Und das ist einer der Gründe, dass wir uns mit Dingen beschäftigen müssen, die wir nicht mehr wegschieben können, indem wir shoppen gehen und mit Freunden unterwegs sind und uns eben die ganze Zeit mit schönen Sachen beschäftigen und ablenken. Deswegen ist es ja auch so wichtig, sich gerade im Moment so viel Gutes zu tun wie möglich und Wege zu finden, trotz der Einschränkungen seine Seele zu streicheln. Aber es ist eben auch eine riesengroße Chance. Alles an Ängsten, an Konflikten, an Zweifeln, die wir in uns tragen, sind Ängste, Konflikte und Zweifel, die uns zurückhalten, die dafür sorgen, dass wir uns manche große Entscheidungen nicht zu treffen trauen, die uns also im Leben ausbremsen und die dafür sorgen, dass manche von uns ihr volles Potenzial, was sie in sich tragen, niemals ausschöpfen können. So liegt es uns aber auch inne, Konflikte, die wir in uns haben, zu lösen. Dazu braucht es keine besondere Fähigkeit, sondern dazu braucht es vor allem das Bewusstsein, dass diese da sind und sich eben ihnen zu widmen. Und die Corona-Krise hat bei vielen Menschen dafür gesorgt, dass sie ein bisschen mehr gezwungen sind dazu. Das fühlt sich nicht schön an, ist aber, was unsere persönliche Entwicklung angeht, ein guter Schubs in die richtige Richtung. Punkt 5. die Wertschätzung selbstverständlich geglaubter Alltäglichkeiten. Denn oftmals rasen wir durch unser Leben, durch unseren Alltag und vergessen dabei ganz, dass wir so viele Kleinigkeiten in unserem Leben haben, die uns so glücklich sein lassen. Und auch dazu hat uns die Corona-Krise gezwungen, aufmerksam zu werden auf diese Kleinigkeiten, auf diese Alltäglichkeiten und zu resümieren, wie wertvoll diese eigentlich sind. Was haben wir gestrebt vor der Corona-Krise nach einem größeren Auto, einer besseren Handtasche, nach so vielen Sachen, für die wir hart gearbeitet haben, nach denen wir uns so lange gesehnt haben? Und wie viele Sachen haben wir jeden Tag einfach nur gelebt, statt sie zu genießen? Weil wir so daran gewöhnt gewesen sind, dass sie immer da sind. Die Corona-Krise hat dafür gesorgt, dass wir mit kleineren Sachen wieder glücklicher sein können. Dass wir unsere Freiheit wertschätzen. Dass wir diese Leichtigkeit, diese kurze Abwesenheit von Sorgen, wenn wir mit Freunden im Park sitzen zum Beispiel, dass uns auf einmal bewusst wird, wie wenig selbstverständlich das ist. Dass wir sehr, sehr viele kleine Samen in unserem Alltag haben für Glück und Zufriedenheit und dass wir diese, wenn alles normal läuft und keine Krise vorherrscht, übersehen und dass wir deswegen häufig nach viel größeren Zielen Ausschau halten, daran unser Glück festmachen, weil wir denken, wenn wir die erreichen, dass wir dann die Zufriedenheit erlangen, die wir aber vielleicht schon vorher hätten haben können, hätten wir das Bewusstsein, was wir jetzt durch die Corona-Krise haben, wie wertvoll diese alltäglichen Kleinigkeiten sind, schon gehabt. Sechstens dass viele Leute gerade ihre Kosten ganz anders berechnen und aufstellen und Bilanz ziehen. Ich selber stelle fest und höre eben auch von meinen Kunden immer wieder, dass plötzlich viel mehr Geld im Alltag gespart wird, weil Essen zum Mitnehmen nicht mehr so oft geholt wird, weil eben nicht mehr so oft ins Restaurant gegangen wird, weil viele Freizeitaktivitäten auch wegfallen und dass aber auf der anderen Seite zum Beispiel sich Essen selber zu kochen plötzlich ganz anders zelebriert wird, innerhalb der Familie, aber auch von Einzelpersonen. Ich habe sogar den einen oder anderen jetzt schon gehört, der gesagt hat, dass er auch nach der Krise nicht mehr so oft essen gehen will, weil er für sich entdeckt hat, dass Kochen ihn wahnsinnig entspannt und dass viele mir sagen, dass ihnen bisher nie bewusst war, wie teuer ihr Arbeitsleben eigentlich ist, dass sie eben ganz viele Kosten haben, die sie jetzt im Moment nicht haben, weil die aus Stress raus entstehen, weil eben die Zeit zum Kochen gar nicht da ist, dass sie also ganz viel Geld in ihrem Arbeitsalltag normalerweise ausgeben, um diesen handelbarer zu machen. Und dass sich daran die Frage anschließt, wenn ich mein Arbeitspensum verringern würde, würden sich meine Kosten vielleicht an manchen Stellen auch verringern. Und was lohnt sich? siebtens ergibt sich aus den letzten beiden Punkten, die ich gerade angesprochen habe, nämlich aus der Wertschätzung der selbstverständlich geglaubten Alltäglichkeiten, die uns jetzt sehr lange gefehlt haben und uns stellenweise vielleicht noch eine Weile fehlen werden. Und aus der Bilanz, die eben viele jetzt gezogen haben, nämlich, dass ganz viele gerade feststellen, wie wenig wir eigentlich brauchen, um wirklich glücklich zu sein. Und dass es eben nicht an dem vorhanden sein von Möglichkeiten lag, dass vor der Corona-Krise eine gewisse Unzufriedenheit da war, sondern dass es eben am Blickwinkel, an der Wertschätzung und ganz oft auch an der Zeit gelegen hat, weil man eben so viel Zeit verbracht hat mit dem Arbeitsweg oder dem Organisieren Funveranstaltungen du weißt, was ich meine und ich hoffe natürlich, dass du dich in einigen Punkten wieder gefunden hast. Auch den achten und letzten Punkt kann ich nur kurz anschneiden, weil diese Folge sonst wahrscheinlich über 50 Minuten lang werden würde. Und zwar das Bewusstsein für das Leben im Hier und Jetzt und das Bewusstsein dafür, wie wenig planbar unsere Zukunft eigentlich ist. Diese Generation wird die zweite Finanzkrise innerhalb knapp eines Jahrzehnts erleben. Was jetzt gerade mit der Corona-Krise steigt, zumindest ist es das, was ich in meinen Coachings wahrnehme, ist das Bewusstsein dafür, dass ich diesen Moment lebe und dass ich diesen Tag genieße, und dass ich eben so viel wie möglich versuche, in dem heutigen Tag und vielleicht noch im morgigen Tag an Glücklichkeit, an Zufriedenheit, an Erfüllung zu finden und zu sortieren, was eventuell bearbeitet werden muss in unserem Leben, in unserer Seele, in unserer Partnerschaft. Welche Konflikte, die wir vorher nicht sehen konnten, uns vielleicht am weitergehenden Leben hindern oder daran, uns wirklich selbst zu verwirklichen oder daran, wirklich das zu leben, von dem wir spüren, dass es uns glücklich und zufrieden macht und uns erfüllt. Die Krise stößt uns mit der Nase in unsere Ängste, in das, was weg soll und was wir hätten vielleicht schon lange bearbeiten sollen und in das, was bleiben darf, und was sich ändern oder vielleicht auch hinzukommen soll. Falls du also zu denen gehörst, die endlich wieder in der Normalität angekommen sind und aber jetzt feststellst, dass du einiges in dieser Normalität, wie du sie vorher hattest, gar nicht mehr haben willst, sei dir gewiss, dass du damit auf gar keinen Fall alleine bist. Das hier ist eine große Nummer und deshalb lautet das Mantra der Woche diesmal übrigens auch Zeit aufzuräumen. Psychologisch oder soziologisch betrachtet funktionieren die Dinge im Kleinen oft so wie im Großen. Das bedeutet, dass Krisen nicht nur Einzelpersonen durchschütteln und fordern und deren Entwicklung vorantreiben in sehr sehr großen Schritten, sondern dass das auch auf uns als Gesellschaft zutrifft. Wir als Gesellschaft können uns jetzt so wie wir als Einzelperson hinsetzen, beobachten, zusammenfassen, was uns diese Krise alles aufgezeigt hat und uns diesen einzelnen Aspekten widmen. Die gleichen Fragen, die ich gerade zusammengefasst habe aus dem, was ich jetzt aus den Coachings die letzten zwei Wochen so entnommen habe, können wir uns also nicht nur als Einzelpersonen stellen, sondern wir können sie auch auf die gesamte Gesellschaft beziehen. Ich bitte dich daher inständig, diese Folge mit allen anderen zu teilen, von denen du glaubst, dass sie ihnen beim sich im Corona ausordnen helfen könnte. Heute, am 28. Mai, wäre eigentlich die fünfte Staffel von Burnout von der Leichtigkeit Seins des Seins zu Ende. Die Carola-Krise hat die ja aber unterbrochen. Deshalb geht es Ende September oder ich glaube sogar am 1. Oktober nicht mit Staffel 6, sondern mit dem zweiten Teil der fünften Staffel weiter. Deswegen hast du bis zum Start der zweiten Hälfte der fünften Staffel wie gesagt trotzdem alle 14 Tage Donnerstags eine Kleinigkeit von mir auf den Ohren, um dein Maximum an positiven Wachstum aus der Krise mitzunehmen. Und sollte Corona sich zurückmelden und erneut für großes Chaos in Deutschland sorgen, gibt es ja vielleicht auch die ein oder andere Corona-Extra-Folge zwischendurch. Ich danke dir fürs Zuhören. Bis in 14 Tagen, wenn die erste kleine Sommer-Pausen-Folge kommt. Bleib gesund. Ich bitte dich, diese Folge zu teilen. Deine Susi zu teilen. Dine zu teilen von S Untertitelung. BR 2018